Gerade auch bei unserem Beruf, der manchmal sehr herausfordernd sein kann, ist es ganz besonders wichtig, dass wir auf unsere Gesundheit achten können und dass uns das unser Arbeitgeber auch gewährleistet. Bei uns auf der Führungsebene ist das Thema natürlich auch aktuell. Es gibt einen eigenen Arbeitskreis für das Thema Gesundheit, wo genau solche Sachen eben auch besprochen werden, was wir anbieten wollen, was wichtige Themen im Bereich der Gesundheit sind und wo dann die Maßnahmen daraus abgeleitet werden.